Kannst du die Bundesliga schauen und du feberst mit deinem Verein? Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ja, bei den deutschen Fußballfans zählt sie zu den bekanntesten und beliebtesten Moderatorinnen Ruth Hoffmann. Die gebürtige Augsburgerin stand zunächst bis 2016 für Sky vor der Kamera. Mittlerweile moderiert sie bei Sport1 unter anderem den Sonntag-Kult-Talk-Doppelpass an der Seite von Thomas Helmer. Was viele allerdings nicht wissen, Hoffmann hat noch eine zweite Leidenschaft, die sie aktuell mit großem Eifer und Ambition betreibt, das Singen. Und da die blonde TV-Schönheit aktuell, wie so viele von ihren Kolleginnen und Kollegen, deutlich mehr Zeit zu Hause verbringt als vor der Kamera, widmet sie sich jetzt noch mit mehr Elan der Musik. Die Corona-bedingte Bundesliga-Pause hat Hoffmann nun sogar mit einem kleinen eigenen Song inspiriert. Auf Instagram postete die hübsche Moderatorin ein Clip des kürzeren Titels, die sie Schlaflied für Fußballfans getauft hat. Wir schauen mal rein. Höhe, mein Herz, komm zur Ruhe und mach die Augen zu. Schlafe ein und in deinen Traum kannst du die Bundesliga schauen und du fieberst mit deinem Verein. Nein, denn du vermisst die Mannschaft so sehr und die drei Punkte müssen dringend hin. Du bist nicht allein. Schlaf getrost und ziege sich ein. So, das war auch schon der Song. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Song fandet. Ansonsten, falls ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt es auch in die Kommentare. Und bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.